Eines der grundlegenden Fragen und diese Frage hat sich jeder von uns schon mal gestellt, wann erscheint der Imam und werden wir diese Erscheinung erleben oder nicht? Weil wenn wir tatsächlich in der Zeit der Erscheinung des Imams leben, was für ein großer Segen, was für ein großer Baraka und Geschenk von Allah subhanahu wa ta'ala ist es, dass wir von uns sagen können, wir gehören zu der Generation, wo der Sohn Fatimas, der zwölfte Imam, der erwartete Imam, der die Welt mit Gerechtigkeit füllen wird, dass er erscheint und wir gehören zu dieser Zeit, weil es steht fest, wenn der Imam a.s. erscheint, muss eine bestimmte Basis vorhanden sein, ein bestimmtes Fundament vorhanden sein. Wenn dieses Fundament nicht vorhanden ist, wird der Imam nicht erscheinen und da können wir noch Jahrzehnte und Jahrhunderte drauf warten. Wieso? Das göttliche Versprechen sagt uns, es wird kein zweites Karbala geben. Es gibt nur ein einziges Karbala und das ist das von Imam Abi Abdullah al-Hussein, salatullahi wassalamu alayhi. Das heißt, das nächste Mal, wenn ein Sohn Fatimas aufsteht zur Revolution, wird er siegreich sein, wird er gewinnen. Es wird kein zweites Karbala geben, aber wird dieser Sieg des Imams durch ein Wunder, Imam al-Hussein al-Hussein, die Überlieferung sagen muss, Imam al-Hussein hätte auch durch ein Wunder Karbala überleben können. Die Engel kamen in Strömen zu ihm, sagten, oh Sohn Fatimas, wir stehen dir zu Diensten, erteile uns auch nur einen einzigen Buchstaben und diese gesamte Armee, die dir gegenübersteht, wird vom Erdbogen verschluckt. Ein einziger Befehl von dir, Osohn Fatimas und dieser Armee, du brauchst dir keine Sorgen machen. Der Imam sagte nein. Der Prophet, salallahu alayhi wa'ala, sagte, oh Hussein, du hast einen Rang bei Allah, den du nicht erlangen wirst, außer durch die Schahade, außer durch das Martyrium. Deswegen, oh ihr Engel, vielen Dank, aber nein. Beim Imam, sahib al-Asra wa'al-Zaman, ajarallahu wa ta'ala, faraj al-Sharif, wird es anders sein. Es wird kein zweites Karbala geben. Das heißt, wenn der Imam aufsteht, wird er die Möglichkeit haben, er wird das Fundament und die Basis und die Anhänger und die Kraft und die Möglichkeiten haben, diese Welt von der Ungerechtigkeit zu befreien und keiner wird sich ihm in den Weg stellen können. Aber dafür muss die Basis und das Fundament vorhanden sein. Und wir sind diejenigen, die diese Basis vorbereiten müssen. Es liegt an uns, für die Erscheinung des Imams, ajarallahu wa ta'ala, faraj al-Sharif zu sorgen. Sind wir eine Generation, die es würdig ist, diese Basis und dieses Fundament vorzubereiten, sodass, wenn der Imam erscheint, die Menschheit sofort nach ihm rufen wird und sagen, du bist derjenige, nach dem wir die ganze Zeit gesucht haben, der Muslim, der Christ, der Jude, der Buddhist, der Atheist. Alle werden etwas in dem Imam sehen, was sie sofort zu ihm anzieht. Nämlich jeder, der Ungerechtigkeit auf der Welt bekämpft hat, egal ob Muslim, Christ, Jude und so weiter Arte ist. Wer Ungerechtigkeit bekämpft hat, der Imam steht auf, der Imam erscheint und zeigt der Menschheit, dass er gegen Ungerechtigkeit ist. Jeder, der diesen Kampf geführt hat, wird sofort die Wahrheit in ihm sehen. Er wird von ihm angezogen werden. Er wird sofort sehen, dies ist ein Mann, der Ungerechtigkeit bekämpft. Ich möchte bei ihm sein. Ich möchte alles machen, was er tut, weil er führt diese Aufgabe weiter und viel besser fort, wofür ich mein Leben gewidmet habe. Das heißt, diejenigen, die auf der Seite der Gerechtigkeit sind, werden sich dem Imam anschließen. Aber genauso auch auf der anderen Seite. Diejenigen, deren Portemonnaie droht Lehrer zu werden. Diejenigen, die Machtposition verlieren. Diejenigen, die fürchten, dass sie private Nachteile erlangen durch die Erscheinung des Imams. Sie werden sich ihm entgegenstellen. Und glaubt nicht, dass irgendwie alle Schiiten auf der Seite des Imams stehen werden. Einige Schiiten werden den Imam bekämpfen und sagen, oh Sohn Fatimas, geh dahin zurück, wo du hergekommen bist. Wir haben keinen Bedarf. Komm später vielleicht. Wieso? Weil wenn der Imam erscheint, dann gibt es diese Ungerechtigkeit und Korruption in manchen Kreisen nicht mehr. Dann wird das Geld, das kann dann nicht mehr eingesteckt werden, sondern es muss gerecht an alle verteilt werden. Und jeder, der fürchtet, dass sein Portemonnaie leerer wird, der wird den Imam bekämpfen. Egal ob Muslim, ob Christ, ob Jude, ob Atheist und so weiter und so fort. Jeder, der Nachteile für sich entdeckt, wird gegen den Imam stehen. Das heißt, wenn wir also über die Zeit des Imams sprechen und diese Zeit, die wir uns alle herbei wünschen, die Überlieferung der Ehlbayt machen uns ganz klar, dass es haram ist, dass es verboten ist, eine bestimmte Zeit anzugeben, wo der Imam erscheint. Das heißt, es ist haram, es ist verboten. Und jeder, der das tut, den sollen wir als Lügner bezichtigen, wenn jemand kommt und sagt, der Mahdi wird im Jahre 2025 erscheinen. Der Mahdi wird im Jahre 1490 nach der Hijra beispielsweise erscheinen. Jeder, egal wer, da gibt es keine irgendwie speziellen Rang oder sonst irgendwas. Jeder, der kommt und einen genauen Zeitpunkt eingibt für die Erscheinung des Imams, derjenige ist ein Lügner. Und darauf, diese Aussage haben wir von diversen Überlieferungen der Ehlbayt, a.s.w. in erster Linie vom Gesandtengott des Muhammad, s.a.w. der sagte, und gelogen hat derjenige, der eine Zeit, also für die Erscheinung, angibt. Kedhubal waqatun. Das heißt, gelogen haben diejenigen, die eine Zeit für die Erscheinung angeben. Andere Überlieferungen in Bihar al-Anwar beispielsweise von Al-Lam al-Majlsi, von Fodayl, dass Imam al-Baqatun a.s.w. fragte, gibt es für diese Angelegenheit, also für die Erscheinung, eine angekündigte Zeit? Und er a.s.w. sagte, gelogen hat derjenige, der eine Zeit für die Erscheinung angibt. Gelogen hat derjenige, der eine Zeit für die Erscheinung angibt. Gelogen hat derjenige, der eine Zeit für die Erscheinung angibt. Dreimal hat der Imam dies wiederholt. Sheikh al-Tusi auch in seinem Werk Al-Ghaibah, also wir haben Al-Ghaibah von Sheikh al-Tusi und wir haben Al-Ghaibah von Al-Nu'mani. Das sind zwei verschiedene Bücher. Im Werk von Al-Dusi, Raibah, ebenfalls von Imam al-Sadiq a.s., dass er sagte, gelogen hat derjenige, der eine Zeit vorgibt. Weder haben wir in der Vergangenheit einen Zeitpunkt genannt, noch werden wir es in Zukunft tun. Das heißt nicht, dass jemand kommt und denkt, okay, die Imame der El-Bait oder Imam al-Sadiq hat keinen Zeitpunkt genannt. In der Zukunft kommt vielleicht Imam al-Hadi oder Imam al-Jawad oder Imam al-Askari und wird eine Zeit benennen. Nein, dieser Punkt ist also komplett ausgeschlossen. Aber das bedeutet nicht, dass wir keine weiteren Informationen über den Tag des Erscheinungs haben. Ja, wir können keinen Zeitpunkt angeben, wir können kein Jahr angeben, aber wir haben dennoch einige Informationen aus den Überlieferungen über den Tag der Erscheinung. Wie beispielsweise, erstens, es wird ein Freitag sein. Wie die Überlieferung von Sheikh al-Sadiq in seinem Werk Al-Khissal besagt, dass Imam al-Sadiq sagte, unser Ka'im, der Ahl al-Bait, erscheint an einem Freitag. Erstens, wir können sagen, es ist ein Freitag. Zweitens, wir können sagen, der Imam erscheint an Ashura, die Überlieferung von Sheikh al-Mufid in seinem Werk Kitab al-Irshad, das kennen sicherlich viele, worin Imam al-Sadiq sagte, der Ka'im, der Name des Ka'im wird gerufen in der Nacht zum 23. Ramadan und er wird am Tage von Ashura erscheinen. Das heißt, wir können schon mal sagen, es wird ein Freitag sein, es wird Ashura sein und drittens, es wird ein ungerades Jahr sein. Wir haben gerade Zahlen, gerade Jahre, also 2, 4, 6, 8, 10 und so weiter, 2020, 2022, 2024, das sind gerade Jahre. Und wir haben ungerade Jahre, wie 2021, 2023, 2025 und so weiter. Sheikh al-Mufid in seinem Werk Kitab al-Irshad berichtet über Imam al-Sadiq, dass er sagte, Der Ka'im erscheint nicht, außer in einem ungeraden Jahr. Natürlich reden wir hier von der Hijri, also das Jahr nach der Auswanderung und nicht das Jahr nach Christus. Das heißt, wir können sagen, ein Freitag, Ashura und das Jahr ist ein ungerades Jahr. Jetzt mag man sich aber die Frage stellen, wieso hat Allah subhanahu wa ta'ala dieses Datum verschleiert? Wieso haben wir keinen direkten Zeitpunkt angegeben, wann der Imam erscheint? Und womöglich ist eines der Gründe, womit man das besser verstehen könnte, genau der gleiche Grund, wieso der Mensch nicht weiß, wann er stirbt. Stellt euch vor, ihr wüsstet genau, wann ihr sterben werdet. Jeder Mensch kommt auf die Welt und bekommt einen Zettel mit sich. Du stirbst am 15. Januar im Jahre 2037 als Beispiel. Und du bist im Jahre 2000 geboren und du weißt, okay, an dem Tag werde ich sterben. Der andere stirbt in dem Jahr, der andere stirbt in dem Jahr. Was passiert mit uns? Was machen wir? Zum einen, der eine Teil der Menschheit, der kann gar nicht leben, der ist die ganze Zeit in Panik. Die ganze Zeit sagt, okay, ich komme dieser Zeit immer näher, ich komme der Zeit immer näher, bald werde ich sterben, bald werde ich sterben. Die anderen denken sich, ich genieße jetzt mein Leben, ich mache jetzt, was ich will und so. Drei Tage bevor ich sterbe, gehe ich schnell zur Hajj, bereue meine Sünden und dann sterbe ich. Und dann habe ich mein Leben genossen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wer zur Hajj geht, dessen Sünden werden vergeben und dann sterbe ich clean. Und diese Denkweise übrigens haben tatsächlich manche Leute, ich erinnere mich, in der Klasse hat mir das mal einer gesagt. Er meinte, ja, warum bist du so religiös, du bist noch jung und komm, genieß das Leben. Später, wenn man so 60 ist, 50 ist, geht man zur Pilgerfahrt und dann werden doch eh die Sünden alle gelöscht. Ich sage, wer sagt erstens, dass wir so lange leben und wer sagt, dass die Pilgerfahrt überhaupt von uns angenommen wird, wenn wir mit der Absicht dahin gehen. Dass wir sagen, wir machen jetzt erstmal, wir lassen erstmal alles raus, wir hauen so richtig rein und irgendwann gehen wir zur Hajj, bitten um Reue. Wer sagt, dass diese Reue akzeptiert wird? Die Reue hat Bedingungen und wenn du um Vorfeld Sünden bewusst begehst mit der Absicht, ja, irgendwann werde ich schon bereuen, dieser Taufik, das heißt dieser Erfolg wird dir genommen, dass du überhaupt Reue verspürst. Dass du überhaupt diese Reue machst, das ist eines der Fallen von Iblis, dass er dir sagt, mach, tue, mach, was auch immer du willst, mach die Sünden, später kannst du ja bereuen. Der Punkt ist, dass dieser Erfolg von Allah, wenn du das oft machst und bewusst machst, dass dieser Erfolg von dir genommen wird, dass du überhaupt irgendwann Reue verspürst, dass du überhaupt irgendwann Reue machst, dass du in einem Zustand der Hoffnungslosigkeit verfällst und sagst, ich habe jetzt so viele Jahre schlechte Sachen gemacht, Allah wird mir eh nicht vergeben, was soll's, die letzten Jahre koste ich auch noch aus. Ich bin sowieso verloren. Das ist auch ein Zustand, den viele leider erleiden. Genauso mit der Erscheinung des Imams. Wenn wir jetzt wüssten, der Imam erscheint erst in 600 Jahren, wir werden ihn nicht erleben, wird dann noch irgendjemand Anstrengungen auf sich nehmen, um die Erscheinung des Imams vorzubereiten? Wir sagen ja, es gibt das aktive Warten, es gibt das passive Warten, Es gibt Leute, die einfach nur zu Hause sitzen und sagen, wir warten auf die Erscheinung des Imams. Die anderen beten dafür, dass der Imam erscheint. Die anderen arbeiten dafür, sie klären die Menschen auf, sie tun Gutes, sie bereiten die Basis auf. Würde irgendjemand irgendetwas tun für die Erscheinung des Imams, wenn er wüsste, der Imam erscheint erst in 600 Jahren? Keiner. Weil jeder denkt sich, ich habe sowieso keine Chance, in 600 Jahren bin ich tot. Es macht also überhaupt keinen Unterschied. Was aber, wenn jeder von uns diesen Glauben hat, dass diese Erde, die mit Ungerechtigkeit gefüllt ist, und wir schauen tagtäglich zu, wie die Ungerechtigkeit immer größer wird, wie Menschen hungern. Mehrere hundert Millionen Menschen hungern täglich auf der Welt. Obwohl, wenn die Menschheit es wollen würde, könnte sie morgen den gesamten Hunger der Welt beenden. Dass ein Prozent der Menschheit so viel besitzt, wie die anderen 99 Prozent. Wie ist da die Verteilung der Reichtümer? Wenn wir diese ganzen Ungerechtigkeiten sehen, was derzeit passiert, und diese Hoffnung haben, ja, wir leben in einer Zeit und wir können dafür sorgen, dass ein Mann erscheint, der diese gesamte Ungerechtigkeit beseitigt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir in der Zeit leben, in der der Imam erscheint. Keiner sagt, dass es ausgeschlossen ist. Es ist möglich. Die Sache ist in unseren Händen. Es liegt in unseren Händen, ob wir dies vorbereiten oder nicht. Ob wir tatenlos zusehen, was mit der Welt passiert, oder ob wir aktiv werden und unsere Mitmenschen aufklären und diese Basis vorbereiten. Wie wir gesagt haben in dem Vortrag am 19.03., das war zum Geburtstag des Imams der Zeit, wo wir gesagt haben, die Menschen von Medina, sie haben den Propheten eingeladen. Wieso? Sie haben gesehen, welche Werte der Prophet verkörpert. Sie haben gesehen, der Prophet beendet solche Traditionen wie, dass die Tochter, wenn sie geboren wird, lebendig begraben wird. Der Prophet beendet Rassismus. Er sagt, Weiße und Schwarze sind gleich. Da gibt es keinen Unterschied. Der Prophet hat den Frauen Rechte gegeben. Er hat den Männern gesagt, Frauen sind keine Sklaven. Frauen sind genauso menschliche Wesen wie ihr und unter den Füßen der Mütter liegt das Paradies. Der Prophet kam und hat sämtliche Ungerechtigkeiten beseitigt. Ja, der Prophet kam und hat über Allah gesprochen, über die Religion Gottes, aber hat diese Eigenschaften mitgebracht. Er hat aktiv die Community erstmal analysiert, geguckt, was es für Probleme gibt und hat dann diese Probleme bekämpft. Das heißt, es war gar nicht mehr so viel notwendig zu reden. Die Menschen haben gesehen, der Prophet kam. Ein Mann kam. Wir reden gar nicht mehr von Propheten. Ein Mann kam. Er hat die Community analysiert, die Probleme herausgefunden und diese Probleme bekämpft. Diesen Mann befolgen wir. Egal, ob er jetzt Muslim ist, Christ, was auch immer. Das, was der Mann sagt, er ist auf dem wahren Weg. Wieso? Weil er es geschafft hat, diese Ungerechtigkeiten, die wir tagtäglich erleben, zu beseitigen. Oh Prophet, du bist in Mekka. Die Menschen wollen dich nicht. Komm nach Medina. Wir würden es lieben, dich zu empfangen. Die Menschen haben ihn eingeladen und daher ist der Prophet nach Medina gegangen. Wir müssen es schaffen. Das ist unsere Aufgabe. Wir müssen es schaffen, dass die gesamte Menschheit zu einer Stimme, den Imam der Zeit, ruft und ihn einlädt. Indem sie sehen, dass wir bereits Vorbereitungen treffen, diese Ungerechtigkeiten zu beseitigen. Das wird schon mal die ersten Schritte machen. Wenn die Menschen sehen, dass der Imam für eine, oder dass der Imam, wie gesagt, ich wollte gar nicht von Imamen oder Propheten sprechen, dass es einen Menschen geben kann, der diese Ungerechtigkeit besiegt, dann werden sie nach diesem Mann rufen. Dann werden sie schreien, dass diese Ungerechtigkeit beseitigt werden soll. Und wenn die Menschheit zu so einem Punkt kommt, dass sie es nicht mehr erträgt, diese Ungerechtigkeit, dieser Hunger, dieser Krieg, diese, wenn ich das so nennen darf, dieses Verarschen von der Regierung tagtäglich, was wir heutzutage erleben, wie die Regierung mit der Bevölkerung alles macht, was sie will und die schauen einfach nur zu. Es gibt keine Kreide im Klassenzimmer, Putin ist schuld. Es gibt an den Tankstellen, Benzin, Putin ist schuld. Getränke weniger, Öl, Putin ist schuld. Und man macht alles mit den Menschen, was man will, die Menschen glauben alles. Wenn die Menschheit das irgendwann alles satt hat und gar keine Lust mehr auf diese leeren Versprechungen hat und auf diese Ungerechtigkeit und danach ruft, die Gerechtigkeit zu wollen, sie rufen etwas. Sie können es vielleicht nicht genau definieren, sie rufen aber etwas. Wenn wir es schaffen, dass die Menschheit diesen Imam einlädt, dann wird der Imam erscheinen. Dann wird der Imam kommen, genauso wie der Prophet nach Medina gekommen ist. Das wird inshallah unser Ziel sein. Daher gibt es keine genauen Angaben darüber, wann der Imam erscheint, zu welchem Zeitpunkt, in welchem Jahr. Wie gesagt, es wird Freitag sein, es wird ein Ashura sein, ein ungerades Jahr. Mehr können wir aber nicht sagen. Die, die jetzt ganz schlau sind, werden jetzt vielleicht am PC sitzen und gucken, welches ungerade Jahr an Muharram, ein Ashura könnte es sein. Aber das überlasse ich anderen, Allah A'la. Und selbst diejenigen, wenn sie kommen und sagen, das könnte, oder das ist der Tag, wo er erscheint, sagen wir, du lügst, du bist ein Lügner. Weil wir können es nicht genau wissen. Abgesehen davon hat der Wartende großen Lohn zu erwarten. Derjenige, der wartet, gemäß der Überlieferung, der Wartende, hat großen Lohn zu erwarten. Von Sheikh Sadduq wird in seinem Werk Kamal al-Din wa Tamam al-Nu'ma berichtet, über Imam Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib, salatullahu alayhi, dass er sagte, Der Wartende auf unsere Angelegenheit, also auf unsere Erscheinung, ist wie derjenige, der sein Blut auf dem Wege Gottes gibt. Wir sollten also auf den Imam warten. Aber hier haben wir drüber gesprochen, was ist dieses Warten? Ist es wirklich zu Hause sitzen und beten, dass der Imam erscheint? Das Gebet ist richtig. Dua al-Faraj rezitieren ist richtig. Dua al-Ahad jeden Morgen rezitieren ist richtig. Für die Erscheinung des Imams zu beten ist richtig. Aber auch die Community darüber aufzuklären ist richtig. Mit den Menschen über Ungerechtigkeiten der Welt zu sprechen ist richtig. All diese Punkte, die dafür sorgen, dass wenn der Imam erscheint, die Leute leichter zu ihm gehen und es ihnen leichter fällt, ihn zu befolgen, all diese Punkte führen dazu, dass der Imam al-Alai salam erscheint. Daher also, der Imam ist eine Barmherzigkeit für die Welten. Und das ist ein Punkt auch, den wir manchmal, den wir als Anhänger der Rechtsschule der Al-Bait nicht genau verstehen. Wenn wir viele Geschwister fragen, möchtest du, dass der Imam erscheint? Ja, natürlich. Welcher Liebende der Rechtsschule der Al-Bait wünscht sich nicht, dass der Imam erscheint? Sagst du, okay, stell dir vor, der Imam erscheint. Und gemäß unserer Ansicht, weiß er oder er kennt deine Taten? Könntest du ihm entgegentreten? Könntest du ihm in die Augen schauen? Und du weißt ganz genau, er kennt all deine Taten und er kennt dein Leben und er weiß, was du jemals gemacht hast? Könntest du ihm entgegentreten? Oder würdest du dich verstecken? Oder würdest du aus Scham nach unten gucken? Wenn der Imam erscheint und sagt, gib mir dein Handy, ich will mal reingucken, würdest du es ihm sofort geben? Oder würdest du sagen, Moment, Moment, ich muss noch ein paar Sachen erledigen, dann kannst du es haben. Oh, mein Meister. Wenn der Imam erscheint und sagt, wir befinden uns in einer Situation, ich brauche deine Hilfe, stehst du mir bei, La Beikeya Imam, ich bin immer an deiner Seite. Du hast drei Zimmer in deiner Wohnung, richtig? Ja. Wäre es okay, dass du deinen Hobbyraum aufgibst? Wir haben eine Familie, die gerade kein Zuhause hat. Du müsstest sie für ein paar Monate versorgen. Ich weiß nicht, wie lange. Du müsstest sie bei dir zu Hause versorgen. Kannst du das tun? Oh, Imam, in diesem Hobbyraum ist mein 80-Zoll-Fernseher, meine Playstation, meine 7.1-Soundanlage, mein Billardtisch, meine Dartanlage. Ich mache jeden Donnerstag oder jeden Freitag meinen Jungsabend. Oh, Imam, ich habe einen Keller. Geht es vielleicht dort? Dann sagt der Imam, danke, danke. Holt mir jemand anderen. Nicht, dass ihr denkt, diese Geschichten habe ich einfach so aus dem Hut gezaubert. Ähnliches sahen wir in der Vergangenheit. Nämlich, wenn die Menschen zu den Imamen kamen und gesagt haben, oh, Sohn des Gesandten Gottes, oh, Sohn Fatimas, wir stehen an deiner Seite. Rufe auf zur Revolution und wir stehen an deiner Seite und wir kämpfen mit dir. Und egal, was du uns befehlst, wir sind bei dir. Ihr kennt die Geschichte. Der Imam sagte, da ist ein Ofen, steig rein. Imam, was habe ich getan? Wieso bestrafst du mich? Was habe ich getan? Jemand anderes kam, ein Gefährte, ein wahrhaftiger Gefährte des Imams kam. Der Imam sagte genau das Gleiche zu ihm. Er macht es auf und setzte sich hin. Ja, wie der Koran des Juhu Ibrahim sagt. Das heißt, sind wir überhaupt bereit für den Imam? Ja, wir reden viel. Wir sind gut im Reden. Seien wir ehrlich, wir sind gut im Reden, wir sind gut im Schreien, wir sind gut im Klopfen. Aber wenn es dann darauf ankommt, werden wir zu unserem Wort stehen, wenn der Imam wirklich etwas von uns verlangt, was schwierig für uns jetzt selber ist. Wenn er sagt, dieses Vermögen, was du angehäuft hast, um dir ein neues Auto zu kaufen. Wir brauchen das, um beispielsweise für eine bestimmte Flüchtlingsfamilie, die im Krieg Schwierigkeiten erlebt hat, um für sie etwas zu bauen. Wir brauchen dieses Geld von dir. Gibst du es sofort und sagst, le beikeya maulai, oder sagst du erstmal, kann ich dir erstmal jetzt die Hälfte geben und die anderen vielleicht einen Raten oder dann kaufe ich mir eben ein anderes. Es kommt darauf an, wie wir zu unserem Wort letztendlich stehen. Daher, wenn wir den Zustand der wahrhaftigen Schiiten, der wahrhaftigen Anhänger der Rechtsschule der Ahlbeit sehen oder betrachten, dann ist das der Zustand, wie sie auf den Imam warten, wie der Durstige auf einen Schluck Wasser wartet. Ihr kennt vielleicht dieses Beispiel, dass man, wenn jemand Durst hat, jetzt speziell denkt an den heiligen Monat Ramadan, wenn ihr Durst habt, ihr denkt 24 Stunden nur an Wasser. Egal woran ihr denkt, egal was ihr macht, ihr denkt die ganze Zeit nur an Wasser. Wenn ihr schlafen geht, dann träumt ihr vom Wasser. Wenn ihr irgendwie Fernseher anmacht, dann seht ihr nur noch irgendwie Wasserfälle und ein kaltes Glas mit Eiswürfeln und da fließt, jetzt bekomme ich selber Durst. Aber dann denkt ihr nur an Wasser die ganze Zeit. Wenn ihr schlafen geht, träumt ihr von Wasser. Der wahrhaftige Anhänger der Rechtsschule der Ahlbeit und davon sind wir alle oder ich zumindest weit entfernt, ist derjenige, der so sehr, der solch eine Sehnsucht nach dem Imam hat, dass sogar wenn er schläft, er vom Imam träumt. Der aufwacht und seinen Gruß an den Imam schickt. Der irgendwelche Taten macht und sagt, oh Imam, ich hoffe, dass du mit diesen Taten zufrieden bist. Der die ganze Zeit für die Erscheinung des Imams lebt und darauf wartet. Das ist derjenige, der wahrhaftig Wartende, der sein gesamtes Leben darauf ausrichtet, die Erscheinung des Imams a.s. zu beschleunigen. Erscheinung des Imams